Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Sparking Zero Part. Ups. Wir machen jetzt die Jiren Story und dann sind wir fertig. Bin immer gespannt, wie lange die geht. Beim Turnier der Kraft steht das Schicksal mehrere Universen auf dem Spiel. Jiren aus Universum 11 steht stumm da, als wilde Kämpfe um ihn herumtoben. Plötzlich verliert Kayle aus Universum 6 die Kontrolle und dreht völlig durch. Kayle ist blind vor Wut und befördert einen Krieger aus Universum 11 aus der Arena. Jiren beobachtet die Situation und mischt endlich mit. Okay, Lai, bis zum nächsten Mal. Lai, bis zum nächsten Mal. Jiren! Ich muss aufzunehmen. Es ist vorbei. Ich muss sagen, Sparking Zero beherrsche ich jetzt ein bisschen mehr, aber im Defense Blade bin ich noch schlecht. Jiren und Gugos Kampf steht an, aber als sie hier aufeinandertreffen, Topper, der zu Jiren's Team aus Universum 11 gehört, geht dazwischen. Durch Toppers Einmischung verlässt Jiren den Kampf, ohne gegen Son Goku angedreht zu sein. Das Turnier der Kraft geht weiter und Jiren bleibt am Rand, um seine Ausdauer zu schonen. Auf Anforderung von Vermut, dem Gott der Zerstörung von Universum 11, macht sich Jiren auf Son Goku zu erledigen. Ja, Fatima Fighter, wie gesagt, wenn eigentlich der Patch gekommen ist, dass die Steuerung sich nicht ändert seit Player 2, dann werde ich ja eh Turniere machen und dann können wir ja mal kämpfen. Auf Anforderung von Vermut, dem Gott der Zerstörung zu erledigen. Ich haute jetzt mal eine holte rein. Achwein, hm. Ungewohnheit! Kunsches! Ach, die gängige Dame. Das war das erste Mal, dass ich mit Jiren überhaupt gespielt habe, gell? Jiren steckt in den Treffer der Gegend, der aber nicht nur eins, sondern wirft sie zurück auf Sunkoko. Alles scheint verloren, bis Sunkoko unerwartet zu neuer Stärke erwacht. Das war's. Das war's. Joku endures. Was hat er gemacht? Over here! Was ist das? Wie kann das passieren? Autonomous Ultra Instinct. All the others are surprised too. It must be something super spectacular. Well, at this point it would be premature for me to verify this truth. However, it is certainly a development that demands attention. The Grand Beezer is also erstaunt. Lass mich doch meditieren. Hä, was hat das jetzt gebracht? Ich habe gar keine Boost oder sowas jetzt bekommen. Also is this right? Ich kann das, was ich animals nicht erwarte. Lass mich doch nicht weg. Das war's. Gut, Saiyan. Du bist eine wirklich faszinierende Kreatur. Aber deine Passion ist verpügt. Du hast nichts mehr zu geben. Während seines Kampfes gegen Jiren erwartet eine neue Kraftzentrum Koko und doch übertrumpft die Fähigkeit des Stolz-Truppler selbst diese Form. In diesem Moment bewegt sich ein Schatten auf Jiren zu. Ich mache nur Fahndes für mein Geld, Junge. Oh, Hit. Was geht? Oh, Hit. Don't interfere with Jiren, leave him to me, or while he's contained, there's much more you three can do, so move, you must save this sixth universe. Ich sage sowieso, ich hasse diese Stage von Kraft. Denk von detonierter Kraft, die es nicht fliegen können, ist echt nervtötend. Gerade dieses Hinspinten mit Kreuz, das ist der Spack dann übert. Hey, 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 hast du noch nie was von Assassin's Creed gehört, Jiren? What the fuck? Jiren hat sogar Hit, den Erdentäter aus Universum 6 besiegt und er belässt alles Topo und Dyspo, während er zu meditieren beginnt. Als sich das Turnier der Kraft dem Ende zuneigt, besiegt Jiren Koko mit seiner neuen entwickelten Ultron-String einen weiteren starken Gegner. In der Zwischenzeit werden Topo und Dyspo von anderen Kämpfern aus Universum 7 erledigt jetzt auf dem Schluckhof. Daher verbleiben Jiren als letzter Krieger aus Universum 11. Jiren wehrt einen Angriff nach den anderen, unsere Helden mit Leichtigkeit ab, bis C-17 vor ihm steht. Vermund fragt C-17 nach seinem Wunsch. Er antwortet, dass er seine Familie auf eine Kreuzfahrt einladen würde. Dann stellt C-17 Jiren die gleiche Frage. Wie geht es dir, Jiren? Was wählst du dir? Es scheint mir zu mir, dass du nur der strongest erwähnt bist. Oder ist es mehr? Ich auch habe einen Wunsch, um den Drägen zu machen. Vielleicht ist es Zeit, dass alle von euch die wirkliche Grund wissen, die wahrsten Wunschung von Jiren mit Kraft zu wissen. Vermund erzählt davon, wie Jirens Eltern, sein Mentor und seine Kameraden allesamt von einem Schopen getötet wurden. Zu schwach für seinen Gegner und von seinen Freunden verraten kam Jiren so weit, weil er glaubte, dass sich die Schwachen den Starken unterordnen müssen. Und Jiren war, dass sich die Schwachen und die Schöne verraten haben. Und Jiren war, dass sich die Schwachen und die Schöne verraten haben. Er hat sich durch die Schöne verraten, wenn die, die er glaubte, ging weg. Die Schöne verraten, die ihre Prinzipien für die einfache sind. Nur victorien betrifft eine Legende. Subdue und andere werden folgen. Die Gefühle hat einfach in den Weg gebracht. Ich bin erinnert von seinem Singular Resolven. Diese Strecke Kolossal, gebaut auf einem Bedrock von Suffern und Desolation. Trouble zu vertrauen, Leute? Weil es sieht aus, dass deine Team-Ate haben dich vertraut. Aber du hast sie nur benutzt, um was du willst. Shut up! Du wirst nichts wissen über Chirin. Ich denke, du denkst, wenn du gewinnen, alles kann zurückkommen, wie es war. Du wirst den Draggen wegnehmen, was passiert. Ich will Kraft. Kraft ist absolut. Macht hat alles, selbst das Vergangenheit. Ich habe bereits gesehen, dass du nicht mit meiner Kraft spielen kannst. Es ist egal, wie viele von euch Schwierigkeiten zusammenkommen. Ich muss sagen, so oft hat bei mir ... ... das Traum ist ... ... das Traum ist ... ... das Traum ist ... Ich muss sagen, so oft hat bei mir ... ... das Teleportieren ... ... noch nie gespackt, als wir jetzt bei Chirin. Das ist sinnvoll. Du solltest aus der Ring. Shut den Mund! Wenn das so wie du willst, dann geht's gut. Ich bin fertig zu spielen. ... Ok. Lass mich halt nicht meditieren. Ah! Warte mal. Ich werde das kurz noch testen. Ich glaube ... Ich habe vorher nicht drauf geachtet, aber kann es sein. Dass Meditation mich heilt? Ah, okay. But it's over, even if I'm not the one who does it, even if I'm not the one who delivers the final blow, as long as the universe wins, it's fine by me. Vegeta steigt außen zur Mitte, Son Goku, der letzte Kämpfer aus Universum 7. Und Spiel ist gecrackt. Yay! Trust provides nothing but a path to the grave. I'm standing here, because Vegeta and the rest of my team trusted that I could find a way to pull this off. I'll win, because I refuse to let them down. I won't fail. Widersteht so ein Goku in Jiren's Weg. Es bleibt nicht mehr viel Zeit beim Turnier der Kraft. Jiren ist der größte Fanboy überhaupt. Äh, das ist der Nummer nicht. Jiren hat sich gegenseitig. Er hat Gokus' Macht und den Weg, die Seien kämpft. Während ihrer eigenen Behandlung und als Spektator, während Goku kämpft. Gokus may be super-amazing, aber Jiren ist super, super-amazing. So he knows how to block. Who cares? A strong defense will only get him so far. Without an offense to match, he has no chance of victory. With his incomplete Ultra Instinct, all he's doing is delaying the inevitable. You called it incomplete, which implies he hasn't fully mastered it yet. Don't tell me you're stupid enough to ignore the obvious implications of that. Are you suggesting that he can master Ultra Instinct in the time that he has left? Please. You're a fool. That's impossible. 48 minutes. That's all we were given for this tournament of power. Get in that brief time span. We say and warriors have shattered our limits. Time after time. You've seen it with your own eyes. Destroyer. Jiren. What are you waiting for? End this. Not Goku out of this tournament. Now. Sad. Ich bin jetzt gerade gespannt, ob ich gleich direkt gegen Ultra Instinct Goku noch kämpfe oder ob das ein extra Kämpf ist. Ach, leck mich doch am Arsch. Was ist denn heute los? So, Leute. Für die Leute auf YouTube. Das Spiel ist mir noch zweimal abgespielt. Aber jetzt sind wir vorm Ende, bevor Goku tot ist. Ah, jetzt kommt der Ultra Instinct. Hä? 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 Ah, okay. Keine Ahnung, was für ein Bug das jetzt war. Musst er aber jetzt eine Ulti dafür rausgeben. Leute, ein Bug erstmal. Ja. Chiren, verwanderst du dich jetzt auch da? Wäre cool. Ja, jetzt wird. Gott sei Dank, gerade noch so lange ich in Sparking-Modus war, jetzt kann ich noch die Ulti nämlich rauslassen. das, was für ein paar Kuchen? Ich bin. Ja, da war ich gar nicht. Ja, das war mir. Aber dann kann ich nicht mehr, ich bin. Nee, warst du eine Intermiste? Wir müssen uns dann auch die Ginge. Ja, das war. Das war's. Ich bin. Ja, ich bin. Oh. Ah, meins war stärker. Ich muss sagen, das war jetzt bestimmt der nervigste, buggigste Kampf überhaupt. Yeah, Jirinda wird es sein. Jiren zum Gugu, ihr alle Grenzen springender Kampf geht weiter. Bald bekommt Jiren die neue Kraft des Ultra Stinks zu spüren. Doch dann bricht zum Gugu vor Jirens Augen zusammen, als hätte er die Grenze seiner neue Kraft erreicht. Du bist ein wahrer Krieger, Goku. Es kann keine Werte sein. Ich schweige, dass unsere spirituelle Kampf so unglückliche Ende haben muss. Und dann als Jiren zu Gugu gerade aus der Arena schleudern will, ist das Spiel wieder abgestürzt. Goku sieht jetzt ziemlich nützlich aus. Wir müssen das selbst behandeln. Ja, natürlich. Frieza und The Sipson, die auf lauer Lagen, treten gegen Jiren an. Ein verwunderter Jiren steckt im Angriff der beiden ein und der Kampf nimmt eine plötzliche Wendung. Nach einem unerbittlichen Angriff vom Freezone zu sitzen wird Jiren endlich besiegt. Ja, Jiren, du hast dein best. Ich weiß, du hast. Was machst du, Jiren? Kiehlend auf deinen Feind? Ist das, ehrlich gesagt, die Art du willst, deine Kampf zu enden? Geh, komm, komm! Warum würde du all diese Jahre behaupten, deine Kraft? Rejecten alles und alle anderen? Nur um zu verbrechen! Keep fighting, bis zum Ende! Oh, bitte. Ich bin wirklich zu retten. Oh, darf ich Freezer verkloppen? Yeah! Freezer verkloppen macht immer Spaß. Oh, das war aber nicht sehr effektiv. Oh, das war ich. Ich hoffe einfach, dass ich das jetzt noch endlich zu Ende machen kann. Kommt noch, kommt noch C-17? Ja. Aber der kriegt ne Ult ab. Das hat ja richtig viel Schaden gemacht. Okay, Keystone ist einfach nur so ne Druckwelle. Oh, Kuku auch noch. Ich wollte dich nicht sagen, aber ich habe das. Also, Kuku, einmal wieder zurück. Und einmal wieder zurück. Der Kuchen ist ein sehr großartiges Energie jetzt. Er hat es geschafft, endlich aus seiner eigenen Kopf. Es ist so weit weg. Jiren ist wirklich unglaublich. Er hat so stark, alles auf seine eigene. Wir können noch nicht genug sein, selbst mit uns alle drei zusammengekommen. Ihr wisst doch deine Veranstaltungen, nicht du, Goku? Für mich zurück in der Licht. Oh, Noth! Stand in meinem Weg! Seriously, Frieza? Ja, so wie es aussieht nicht. Dein Goku ist tot! Tot! Tot ist Goku, tot! Spie, hör auf zu krepieren, ist schwer. Komm her! Jiren gibt alles, um die Angriffe unserer Goku-Freezone zu 17 abzuwehren. Geh! Das muss das Geheimnis des siebten Universums sein. Die Kraft der Vertrauen! Das Vertrauen von der Universum 7 ist zu stark. Er wird aus der Arena geworfen. Der gemeinsame Angriff von Goku-Freezone schleutert Jiren aus der Arena. Was bedeutet, dass das Universum 11 ausgeschieden ist. Der Contestant Jiren ist eliminiert. Der 11. wurde verletzt. Sie werden jetzt verletzt. Als Jiren zu verschwinden beginnt, spricht jemand mit ihm. Trotzdem danken ihm seine Kameraden aus Universum 11, dass er bis zum Schluss alles gegeben hat. Ich weiß, dass wir nur noch nicht die Krieg unserer Leben endet, aber ich bin bereits für den nächsten Kampf. Vielleicht wollen Sie das nicht hören. Ich hoffe, dass Sie wiedersehen, Jiren. Zum Gokus Worte sind die letzten, die Jiren hört, bevor er verschwindet. Doch kurz darauf werden alle Universum mit Super-Turbing-Bots wiederhergestellt. Auch Jiren und seine Kameraden kehren zurück. Jiren spricht mit Topo, bevor er eine Spur leistet. Und so strebt Jiren immer weiter nach Stärke. Also wie schon davor. Ich will jetzt kurz gucken, wie viele Abgliedungen gibt es dann. Okay, hier gibt es gleich zwei. Naja, egal. Für die Leute auf YouTube, ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wird wahrscheinlich der finale Part dann von der Story. Ciao. Ciao. Ciao.